So meine Freunde, willkommen zurück bei Golden Sun und wir werden schauen, dass wir es diesmal hinbekommen. Sorry. Mei, ich will euch ein Big Gamefer. Seid doch froh, da müsst ihr schon nicht sterben. So, ich habe etwas ganz total übersehen, da habe ich vorher nochmal kurz nachgeschaut, indem ich blöd in der Gegend rumgelaufen bin und zwar so geht das. It means to go. To really go! No, go! No, go, go, go! So, jetzt schieben wir den da rüber, schützen. Oh, mei, 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 ich will nicht kennen sie. Leute, seid doch mal artig und tut was ich. Ha, ha, ha. Oh, bluh, 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 bluh. Was? Ne, wieso will der jetzt wieder kämpfen? Dann kämpf halt, mir auch wurscht. So, und die darf ich jetzt erstmal heilen, schätze ich mal alle, ne? Entschuldigung. Run away. Oh, oh. Au! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wen heile die? Die soll sich mal lieber selber heilen. Ja, das übernimmt jetzt mein guter Ivan. Nein, Quatsch. Was habe ich gesagt? Ivan habe ich gesagt? Nein, ich meine das. Oh, Isaac meine ich. So, jetzt. Wer nicht gut will, jetzt verrecken würde. Was machst du da? Was machst du da? Ey, Mom. Komm. So. Das geht nicht, junge Meister. Ja, endlich. Ja, und Level Up auch noch. Es ist nett, dass das wenigstens als Erfahrungsfunde angerechnet wird. Her damit, her damit, her damit. Und ja, so gehört sich das. Das ist ein Erdchen. Den werden wir auch gleich mit unserem guten... Ja. Kriegt jetzt jeder ein bisschen was. Ich habe jetzt da keinen Bock. Das ist egal. Äh, ja. Oh. So. Und hier geht's rüber. Wapp. So. Und dann kann der ja hier wieder dieser komische Affe drin sein, ne? Kraftwelle. Wie ist das aus, mein Äffchen? Oh, gut, gut. Was macht der da? Ja, super. Mann. Ja, auf euch habe ich mal gar keine Bock, Leute. Macht eure Party alleine. Schmeißt sie ohne mich. Und werdet glücklich. Weil ich euch nämlich nicht killen werde. So. Und der Affe kommt hier lang. So. Wo geht er lang, der Affe? Wo geht er lang? Müsst er eigentlich nach oben gehen. Oder nach links? Ja, er geht nach links. Na gut, dann gehen wir auch nach links. Nein, Leute. Ich töte keine Maulwürfe. Ja, setzen wir irgendwelche Monster in den Weg. Aber doch keine Maulwürfe. Seid ihr bescheuert? So, schätzt mal, hier geht's nur so lang. Ja, ne, ja. Oh Gott. Drei Baumstämme. Na gut, dann machen wir meine Mitte. Fangen wir mal an. Tjo. Und? Ein Grüner. Und der Grüner geht nach unten. Wunderbar. Wir können jetzt ja nach unten gehen. Aber das macht mich misstrauisch. Wir werden hier noch gucken. Let's rock and ride. Und? Ein Grüner. Und der geht wo lang? Der geht nach links. Dann gehen wir mal nach unten. Zuerst. Wir gehen nur zuerst nach links. So. Okay. Was können wir hier holen? Was springt raus? Verschieben erstmal. Da habe ich jetzt zugelernt. Habe ich zugelernt? Ja, ich glaube, ich habe zugelernt. So. Ja, ich habe eindeutig dazu gelernt. Scheiß Stein. Ne? Wie kann man den schon übersehen? So. Ja. Ein Elf. Wunderbar. Das lege ich jetzt aber nicht an. Keine Bock ist anzulegen. Und verdient. Ah ja, wunderbar hier. Ja, das hat jetzt sein müssen, oder? Oh. So ist, wenn man so nett ist und flieht, ne? Da hat man immer voll verkackt. Beschissen verkackt. Wunder war das. Wunder war das. Wunder war das. Steinchen in Ehren. Okay, dich mache ich jetzt aber tot. Bang, boom, bye, bye, yeah, 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 yeah. Okay. Ich brauche unbedingt mal eine Eieruhr wieder. Ich habe so keinen Plan. So geht das. Wunderbar. So, und diese Stelle... So, ich stammen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das gebraucht habe. Scheiße. Oh ja, oh ja, besser. Und? Und wo rennt sie denn? Oh, rennt in den da her. Super. Das ist blöd. Ist doch voll bescheuert, dass er das... Ähm, ich mache an dieser Stelle trotzdem mal Stopp. Bye, bye. Ciao, ciao. Mediamos. So, Freunde, ich habe gesehen, wir hatten noch vier Minuten. Daher werde ich jetzt, äh, noch direkt weitermachen. Und... 13, 13, 13. Äh, ja, im Auge behalten. Ach, mei, ich wollte nicht kämpfen, ich wollte fliehen, okay? Ja, okay. Gut. Also. Wir werden noch ein paar Minuten länger machen. Heißt das? Heißt das? Das heißt, man da immer so umständlich latschen muss, hier. So, funktioniert das. Und da ist er jetzt hin verschwunden. Und komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Komm raus. Und? Wo willst du hin? Noch ein bisschen runtergehen. Okay, dann gehen wir auch runter. Okay, dann machen wir jetzt mal kurz platt. Aber schnell, 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 schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Da schneide ich dann einfach jetzt zum anderen noch dazu. Und, äh, ja, das nächste Mal ist die Uhr wieder dabei. Würde ich mal sagen. Ja, ist ich immer. Ich bin so, ja, verplant in letzter Zeit. Ein bisschen durch den Wind und so. Und, ja. Was ist, warum hau ich mich jetzt an? Ich hab da meinen Zauber gar nicht benutzt. Was geht? Was geht, Mann? Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Ach, du Kacka. De Papa, Affe. Und Ivan sieht nicht gut aus. Ja, mei. Dann werden wir Ivan mal heilen. So. Wo haust du mir jetzt, äh, mit Fieber drauf? Und du haust du mir jetzt, ja, du kannst auch einen, da deinen neuen mal. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt war. So. Okay. Ey, wir haben nur noch zwei Minuten. Wir müssen zwei Minuten tot sein, ja? Du mir den gefallen und seid tot in zwei Minuten. Ja, der saß wenigstens. So. Na, der saß nicht unbedingt, aber egal. Ja, flüchten geht nicht. Okay. Okay, Kiesel. Äh, ja. Esse kann man auch verwenden. Und Prise kann man auch verwenden. Und du haust er jetzt mal rein, ähm. Horschti. Horschti ist für alle da. Dish, dash, dush, dash. So. Wem, 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 wem. Sicherung. So. Ja, bis jetzt hat er auch nicht stark angekla... Oh, ja, okay. Ich sage nichts mehr. Na bitte. Bang, be, bye, ja, 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 ja. Atlanta und, äh, Kirin und... Merkur. So, und jetzt viel Spaß dabei. Dann kommen wir jetzt kaputt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Junge Meister. Ja, boom, 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 yeah. Und tanze, tanze. Er hat keinen Bock zu tanzen. Ja, mein Gott, ich auch nicht. So, bitte hier nochmal ein bisschen was für dich. Er will immer noch nicht, okay, gut, das Neue beschwören, okay. Dann machen wir Sicherung und das geht nicht. Dann machen wir, ja, dann machen wir, ja, Hitze eben und... Ach, noch schaut ihr meine Taktik? Ich nicht. Macht aber nichts. Okay, man, Leute, wir müssen Schluss machen und... Scheiße, jetzt geht's schon kaputt jetzt hier. Das ist noch, weil dann müssen wir Schluss machen. Ansonsten habe ich diese fluche Regelung überschritten. Nein, er stirbt nicht, er stirbt nicht, er stirbt nicht. Wir werden... Wir werden an dieser Stelle enden. Und ich sage bye, bye, ciao, ciao, adiamos. Werden wir den Kampf gewinnen?